Ich mach mal das Dach ein bisschen weiter. Ich könnte da auch so ein paar Dachluken reinmachen. So wie wir es zu dem beim Agrargebäude gemacht haben. Ja, die kann ich nachher reinmachen. Kann ich auch von unten dann machen. Dann fällt da oben ein bisschen Licht rein, dass es nie vergehrt. Gut, jetzt machen wir mal wieder ein bisschen Stein. Achso, hier an der Seite. Ja genau, da soll aber noch... Moment mal, hier sowas sein. Und das war es ja dann mit diesem Holz hier. Ja doch, da noch alles zu. Wobei, ja okay, hier ist die Leiter. Das ist natürlich... Aber wie würde das aussehen, wenn wir das auch hier so machen würden? Dann machen wir hier den Zaun wieder. So. Na ja, es sieht ein bisschen doof aus, ne? Andererseits finde ich es aber auch nicht verkehrt. Oder, ich probiere das mal so aus. Habe ich denn... Na ja, habe ich jetzt leider nicht da. Nämlich, dass ich so Treppen da hinsetze. Verkehrt rum. Nö, müssen wir uns welche machen. Moment mal, machen wir doch. Da muss aber das hier wieder weg. Oh, ich habe schon lange kein Plätzchen mehr gefuttert. Ja, ich... Naja, nicht die Leiter. Ich hole mir gleich eins. Ich will erst noch das da ausprobieren. Und zwar dann so, dass die Ecke da unten ist. Ja genau. Ja, doch. Das sieht noch was aus. Also ist es nicht so wahnsinnig toll, aber... Ist auf jeden Fall was anderes mal. Dann machen wir das da auch. Ah, wobei wir das da unten... Moment mal, das da ist ja nur dafür da, weil auch die... Ach so, Plätzchen essen. Ja, genau. Ähm... Welches denn? Was haben wir denn da noch alles? Hier, da. Das sind so Lebkuchen-Dinge da. Naja, da habe ich jetzt weniger Lust drauf. Dann versuche ich mich am anderen Teller nochmal. Hier, das da. Das hatte ich noch gar nicht hier. Dieses Spürzteig-Dingsbums da mit der Schokolade. Hm, ganz heller Teig. Oh ja, das ist... Das ist gut. Der Teig schmeckt ein bisschen... So ein bisschen nach Marzipan oder so. Ach, jetzt habe ich ja noch gar nicht erzählt, was ich so an Weihnachten alles machen wollte. Ähm, ja. Also gut, dann mache ich das eben jetzt. Bevor ich es vergesse. Hier, den Adomalokal ist da. Davon haben wir noch mehr. Da kann ich jetzt auch mal probieren hier. Dieses Schuh-Sohlen-Dingsbums da. Hm, ja. Schmeckt aber besser als eine Schuh-Sohle. Ne, der Adomalokal ist... Das war ein anderer. Ich werde das recherchieren. So, also was ich... Was ich an Weihnachten machen will, beziehungsweise gemacht habe. Hm. Relativ einfach. Ähm, Moment, ich muss eben gucken. Das soll ja so bleiben. Am 24. Ist für mich ein relativ normaler Arbeitstag. Ich werde vormittags oder eben zwischendurch, weil ich Zeit habe, mal einkaufen gehen. Und dann allerdings etwas früher Feierabend machen. So am... Am späten Nachmittag oder so. Und dann irgendwie, keine Ahnung... Spiele spielen. Was futtern. Äh, und Twitch gucken. Äh, und ja, genau. Und als Besonderheit dann abends, äh, gibt es dann Schokoladen-Fondue. Hatte ich schon Ewigkeit nicht mehr. Ich glaube, das ist schon über ein Jahr her. Ja, das kommt wohl hin. Äh, so. Ja, ich wollte ja natürlich weitererzählen, aber auch hier was bauen. So, da den Zaun hin. Und dann kann da oben in der Mitte ja auch noch einer drauf. So, und dann das hier. So, an den beiden Weihnachtsfeiertagen... Äh... ...war der Plan... Äh, also auch den ganzen Tag. Äh, Spiele spielen, aber nicht nur... Äh, also nur eins eben. Und zwar... Oh. Also ich nehme das natürlich jetzt alles im Vorhaus auf, ne? Ja, ist ja klar. Also für mich aus Jetzt-Zeit ist es noch vor Weihnachten, also vor den, äh, Feiertagen. Ihr, die ihr das jetzt hört und seht, ist es natürlich schon am Weihnachtsfeiertag selbst oder gar danach. Lieber Moment, ich brauche ja hier diese da. Ich baue jetzt ein bisschen durcheinander, aber ich kann dafür dann auch erzählen. Einigermaßen. Gut oder auch nicht. Also ja, ähm, wie hieß das Spiel? Also ich wollte mich einem Spiel widmen, dass ich schon längere Zeit habe, das mir zu gefallen scheint. Nach dem... Äh, nicht. Nicht runterfallen. Ähm. Dem ich mich aber bisher noch nicht gewidmet habe. Aber jetzt habe ich Lust drauf. Und, äh, ja, wie hieß das nochmal? Es ist ein 4X-Spiel mit Fantasy-Hintergrund. Hier, Master of the Arcane ist dann der Nachsatz. Irgendwie so ein Wort, Bindestrich oder Doppelpunkt. Master of the Arcane. Ähm, weiß ich jetzt nicht mehr. Ist schon ein etwas... Ja gut, was heißt etwas älter von 2014, glaube ich. Aber deswegen ja noch lange nicht schlecht. So, dazu gibt es dann eben, also ganz entspannt, ich will mir eben nur dieses eine Spiel vornehmen und sonst nichts. Außer eben, äh, nebenher noch ein bisschen futtern. Da will ich mir Waffeln backen. Und, oder, beziehungsweise aus eurer Sicht habe ich das dann schon gemacht und sie gegessen. Also Waffeln, in dem Fall, äh, es ist schon mehr so dunkel hier, ich muss hier mal Licht machen. In dem Fall etwas Herzhafteres. So mit Gewürzen drin eben. Und dann gibt es Brot, äh, nicht Brot, äh, das ist ja dann quasi das Brot, ähm, Wurst und Käse und so, und sowas dazu. Und da will ich auch noch irgendein, hä, dahin, irgendwas Süßes machen. Ich hatte eigentlich vor, ähm, Vollkornudeln mit Backobst, aber, äh, jetzt falle ich schon wieder runter. Ich habe kein Backobst gefunden. Ich war in drei Supermärkten und, äh, ja, war nichts zu finden. Also fällt das mit dem Backobst einfach aus. Dafür wird es Ersatz geben. Ich weiß aber noch nicht, was. Kann ich euch also nicht berechnen. Allerdings, wenn ihr das hier seht, dann habe ich das schon gemacht und verdrückt. So, da noch, äh, also soviel dazu, soviel zu den Weihnachtsfeiertagen. Mehr ist ja erstmal nicht geplant. Mehr habe ich dann wahrscheinlich auch nicht gemacht, aus eurer Sicht jetzt. Ah, sehr schön. So, das Dach ist fast fertig. An der Seite fehlt einfach. Oh ja, aber noch ein Plätzchen. Und außerdem, ja, ich überziehe ein bisschen. Da haben wir nur das Obergeschoss und das Dach hier gemacht. Ja, gut. Oh, guck mal, da. Was habe ich denn? Da habe ich noch solche Steine hingemacht. Dann machen wir hier auch Zaun hin. So. Und, äh, ich will auch noch so ein Tor machen. Das sah nämlich ganz gut aus hier. Ja, gut. Weil ich faul bin, teleportiere ich mich hin. Achso, ja, Plätzchen essen, genau. Ähm, hier das da mit diesen, mit diesen... Ne, wie heißt das? Florentina heißen die doch, oder? Mit diesen Nüssen da. Hm, na, das ist lecker. Hm, ja. Nein. Jetzt musst du überlegen, was ich eigentlich vorhatte. So, Epa, mhm, Fichtenholz. Und Stöckchen. Weil ich ja so einen Gatter machen wollte. Hm, das geht jetzt hier in dem Fall so. Ne, gar nicht wahr. Also, doch gerade andersrum. Da ist das Holz. Machen wir acht. So, den Rest nehme ich gleich mit. Ah, es ist, ist ja schon wieder Nacht. Naja, macht doch nichts. So, komm. Oh, ich hab keinen... Hm, hier, hier... Keine Energie mehr. Ich muss wieder Kuchen essen. Ja, komm, dann kriegen wir den Kuchen hier auch noch weg hier. Da. Ja, okay, nicht ganz. Ah, und da unten rum ja auch noch. Hm, stimmt. Kann ich jetzt gleich mal machen, wenn ich hier schon... schon unten bin. So, zack, ist ja nur diese eine Reihe, da. Ah, jetzt steht da aber nichts über. Ne, das sieht doof aus. Ne, 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 ne. Ja, das muss schon überstehen. Ich mach das erstmal noch da. Hier, da. Guter Ansatzpunkt. Gut. Ne, so viel schneller. Und die Axt hier, da. Ne, komm, das muss überstehen. Das sieht ein bisschen doof aus dann. So, ich fang mal hier unten an. Und... Ah, kann ja mal da hier. Oh. Na gut. Dann bauen wir uns eben was. Das dürfte genügend. Äh, da kommt... Da kommt der Besuch. Moment. Nein, halt. Falsch. Der sieht aber auch lecker aus. Würde ich am liebsten gleich aufessen. Apropos aufessen. Ich kann ja nochmal... Hier, was will ich denn haben? Auch den hier da. Diese Achter, die wir schon mal hatten. Hm, na diesmal gleich im Ganzen. Okay. Ja, es ist leider ein bisschen dunkler. Komm, ich lege mir mal eben hin. So, dann wird es wieder hell. Und ich kann was trinken. Okay, komm, ich überziehe es noch. Bis das Dach fertig ist. Das wird ja noch kompliziert jetzt hier. So. Auch wenn es nicht viel ist. Habe ich da noch von denen... Hier, genau. Da ist was. Ah ja, und die Teile, da brauchen wir auch noch. Da muss ich mich wohl hochbauen, dann mit Erde. Das machen wir jetzt noch. Dann schneide ich die Folgen eben länger. So. Da. Zack, und... Nee, dann mache ich das da. So. Oder nee, ich mache das komplett hier bis oben durch. Sieht eben einfach mal anders aus. Ja, genau so. Ansonsten... Ja, müssen wir das jetzt erstmal nicht... Ach doch, die deckenden Dinger, da wollte ich noch machen. Ja, stimmt. Ist das die Mitte? Ja. Nee, das war einer zu viel. Moment. Das geht nicht ganz genau auf. Okay, dann muss ich das von der Seite... Ah ja. Da lasse ich eins frei. Und dann mache ich... Nee, einen freilassen. Den hier weg. So. Ja, doch, dann ist da eine Mitte eben... Ja, genau. So machen wir das. Dann muss ich nur die Klappen reinmachen. Okay, wir machen die Klappen rein. Äh, die... Ja, die Holi... Ja. Ich mach das einfach mal so. So, Stöckchen. Holz erzeugen. Die Klappen. Holzzeug... Nee. Holzfalltür. Äh, die brauchen wir noch. Das da kann weg. Oh, ich muss schon wieder was futtern. Ja, gut. Also, ich selbst habe jetzt ein bisschen genug von den Plätzchen hier. Auch wenn ich sie gerne mag. Aber ich muss natürlich zum Abschluss noch einen Dominostein essen. Ja, ganz klar. Ach, eh, der hätte ich jetzt auch mitnehmen können. Ja, gut. Wir machen jetzt alles der Reihe nach. Äh, so. Und dann... Ach, die Klappen. Ja, genau. Die Klappen. Ja, jetzt sind die da unten. Hör auf, gehen müssen sie nicht. Nee, da muss ich die von oben bauen. Wenn das überhaupt geht. Aber das sollte doch, oder? Nee, da gehen die unten hin. Ja, okay. Wir müssen... Wir müssen... Äh, aufs Dach. Habe ich da als Erde? Sehr gut. Zaun kann auch weg. So. Ganz aufs Dach. Dann werde ich mal... Wie macht man das am besten? Hier die Erde hinsetzen. Nö, da. Moment, halt. Nicht so wild rumspringen. So. Und dann brauche ich ja auch noch diese hier. Äh, ja gut. Dann machen wir das Boot eben mal weg. So. Kriege ich das jetzt da hin? Nee, natürlich nicht. War ja klar. Aber da oben, das, da könnte ich ihn kriegen. Ja. Genau. Und dann kann ich mir mal ein bisschen weiter hochbauen. Weil... Ich doch... Das einfach dann von... Ja, ich muss einfach nur noch von... Das von hier oben machen. Und schon geht's. So. Und dann hier noch. Da zur anderen Seite hin. Ich kann ja hier auf dem unteren, kann ich ja schon stehen. So. Und so. Und das machen wir eben auch auf der Seite. Und dann haben wir das auch geschafft. So. Und so. Zack. Oder habe ich den da unten nicht hingesetzt? Ah, den habe ich da unten nicht hingesetzt. Naja, nicht so schnell. Und den da. So, damit ist das Dach fertig. Aber ich will aber hier eine Lücke schaffen. Nicht, dass da noch ein Monster aufs Dach steigt. So. Okay. Jetzt haben wir das Dach fertig. Oh ja, das muss ja auch weg hier. Okay. So, haben wir das Dach fertig. Wie sieht es jetzt innen aus? Da war doch auch noch. Oder? Irgendwas war doch innen noch. Ach ja, die Dachluken. Ja. Ach, genau. Ja, also nochmal rauf aufs Dach. Kann ich hier einfach mal... Ups. So. Jetzt bin ich gespannt, wie man die von oben hinsetzen kann. Ah, siehst du? Dann gehen die... Ne, die gehen dann nur unten hin. War das drüben auch so? Ja, das... Ja, kann sein. Dass die von der... Dass das eine halbe Stufe höher war. Ja, gut. Müssen wir die jetzt eben so lassen. Dann ist das eben so. Ich hätte aber Lust, da mal nachzuschauen. Komm, dieses Geheimnis, das klären wir jetzt noch. Äh, Agrarplatz. Ah, die sind auch so. Guck mal hier. Ja gut, das Dach ist ja hier jetzt überall gleich hoch. Ja, das ist da auch so. Ja gut, ne, dann ist das eben überall so. So, dann wieder zurück. Ähm, ja, dein. Womit wir dann also vorläufig jetzt mal fertig wären. Ja gut, wir müssen bei dem Schuppen noch ein... Dieses Vordach wollte ich ja noch machen. Das heißt, ich werde das das Dach selbst... Ja, mal schauen. Vielleicht lasse ich das so. Also ich hätte gerne hier noch so ein Vordach hin. Oder vielleicht nur bis zur Tür. So bis hier hin. Da, das Ganze hier. Und hier vorne dann auch das Komplett. Dann müssen wir das hier vielleicht versetzen. Ja, oder auch nicht. Das sehen wir dann. Ja gut, aber das können wir ein andermal machen. Jetzt will ich nochmal hier schnell zurück. Und den restlichen Kuchen aufessen. Äh, oder habe ich das schon? Wo ist denn der Kuchen? Echt, jetzt habe ich den schon aufgegessen? Doch, da waren zwei und da war einer. Okay, dann ist er schon weg. Ja gut, dann esse ich eben einfach so ganz normal das Brot auf. So, und ich selbst noch einen Dominostein hier. Ne, das ist gar keiner. Moment, der hier. Ja, mit dunkler Schokolade. So wie es sein muss. Okay, haben wir doch fast eine ganze Stunde voll, aber... Nö, ist egal. Achso, ich wollte was essen hier. Und auch in meinem Kraft. So, okay. Mit Glück auf den Weihnachtsbaum und die Geschenke wünsche ich jetzt nochmal nachträglich. Auf fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, es war schön für euch. Was macht da so? Achso, die Kerze. Ähm, mögen die auch alle so viele Geschenke gehabt haben und noch viel mehr Plätzchen. Und mit diesen Worten dann sehen wir uns morgen wieder. Und dann also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.